Haben Sie Kontakt zu den Männern? Geben Sie denen Bescheid, dass wir sie aus dem Land bringen. Und dann konzentrieren Sie sich auf Griechenland. Sonst ist das alles hier umsonst gewesen. Griechenland hat höchste Priorität. Was ist los? Sie sind tot. Der ältere Lambert wollte nicht mehr kooperieren. Es war alternativlos. Das waren seltener. Keine Leute von uns. Vier tote Zivilisten. Seidler tot. Das ganze Land sucht nach der Wahrheit. Und wir sollen uns von so einem erpressen lassen? Alles gefährden? Okay, ab jetzt bin ich bei jeder Entschreibung dabei. Sonst findet Griechenland nicht statt. Sie wissen, was davon abhängt. Geld. Nur Geld. Wir könnten viele Projekte dann nicht mehr finanzieren. Ich rede mit den anderen über die Bitte. Es war keine Bitte. Verstehe. Was meinen Sie? Ist das Neugierde oder müssen wir uns Gedanken machen? Zellers Bruder arbeitet beim LKA Sachsen. Ja? Sie wollten doch in Zukunft mitentscheiden. Haben wir ein Problem? Wir hoffen, dass Sie das herausfinden und es lösen. Diesmal auf Ihre Art. Ali Zeller schnüffelt bei Trico um. Wir brauchen eine Lösung. Wir brauchen eine radikale Lösung. Bernd. Die sind blank nach Griechenland gefolgt. Die werden niemals Ruhe geben, Dorothee. Wo sind Sie verdammt? Ich habe hier alles getan, was Sie wollten. Und trotzdem sitze ich jetzt wegen Ihnen in der Scheiße. Und ich erzähle mal diesen Feinsfratzen da, wo Ihre Kohle herkommt. Das werden Sie nicht tun. Sie werden sich ruhig verhalten und nach Hause fahren. Wie heißt die Pflegel in Ihres Vaters? Mascha? Nicht, dass die Nieder zerstört wird, noch die Medikamente verwechselt, nicht wahr? Was? Wir haben uns verstanden, Frau Seldorf. Ich melde mich. Jetzt beruhigen Sie sich doch mal. Nein, ich werde mich nicht beruhigen. Kriegen Sie endlich mal Ihren Laden auf die Reihe, sonst bin ich raus. Ich verstehe, dass Sie aufgebracht sind. Aber lassen Sie mich auch unmissverständlich sein. Wenn das Schiff sinkt, dann gehen Sie mit uns unter. Erzwingen Sie eine Anklage gegen Zeller und Seldorf und kümmern Sie sich endlich um Reena Martens. Es ist nichts verloren, also reißen Sie sich verdammt doch mal zusammen! Haben Sie mein Paket bekommen? Blank. Keine Fehler. Die oder wir. Wie soll's aussehen? Sorgen Sie einfach dafür, dass die Löcher an der richtigen Stelle sind. Und du sollst wissen. ich